Yo Leute, wir sind hier von Codename Peperoni, das ist die Katrin am Steuer und wir fahren jetzt zu Seatake, richtig? Yes. Und was machen wir da, Katrin? Links abbiegen. Ein Weihnachtsbier. Wie soll es links abbiegen, nicht geradeaus fahren? Oh, scheiße. Rundberechnung im Gang. So, wie immer bei Seatake ganz heiße Outfit. Oh Gott, die sind ja echt heiß. Ja, nicht wahr? Mega-Spect. Ja, welches? Ich kann mich nicht entscheiden. Sieht doch gut aus so. Ja, nur hinten halt ein Popo-Dokusschen, aber man muss ja nicht mal hinten noch ein Popo-Dokusschen. Okay, jetzt kriegen wir schon ein Musik-Video. Kannst du das mal lassen? Ist dir auch warm? Ja, total. Ich war noch nie Wärme angezogen. Im Winter auch, ne? Ja, vor allem im Winter trage ich sowas sehr gerne. Draußen. Ohne Mantel. Dann will ich jetzt erstmal das Bernd Outfit anziehen, ne? Dann hängt das so, ne? Ich hab ein bisschen Affen genommen. Jetzt hab ich euch diese Bauchlappe. Ich hab ich euch diese Bauchlappe. Ich hab ich euch diese Bauchlappe. Ich hab ich euch das nicht mehr Juneufh you heads anziehen. Auch wenn du immer Men 1900 ja nie Zeit für das Heincronium geche exertet não ähnliche Server. Ich hab ich euch das nicht besser für profitable Kragen jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bikini Christmas. Ich hab's so rohr will ich kriegen. So rohr. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, klasse ne. Also der Bernd, das ist ja, ich wusste ja, dass er so eine Junge super Tänzer ist. Da leckt mich aber eine Täsch. Also jetzt hier gerade konnte ich das ja mal richtig beobachten. Das ist mir an sich selber eine Aktion wahr. Ich hab's da ja nicht sogar verachtet. Aber mein lieber Mann, du, da könntest du meinen, der hat mal früher in der Stange getanzt. Tanzmäßig hab ich mich fallen lassen und dann schwitzt er halt auch. Das ist so. Ja, jeder war. Also wie war das jetzt? Du, mach gerade weg. Wir haben was zu besprechen. Ja, okay. Hallo. Hörst du nicht, oder was? Vielleicht mal mit dem Gespräch, ich kann mit dem Sprecher mal kurz. Du machst das scheiß Ding aus, klar. Aber das ist für das Internet. Fürs Internet? Das ist er sagt, er ist für das Internet. Hör mal. Ich weiß nicht, ob du das bei der letzten Folge im Leben vorgesehen hab. Kannst du tanzen? Nee. Dann tanzt du ab. Kannst du tanzen? Kannst du tanzen? Hat sie ja nicht tanzen? Dann tanzt trotzdem ab. Komm jetzt hier weg. Der filmt wieder. Das ist ja wie eine Klette. Ich hab da ja auch noch was gesagt dazu. Hör auf, hör auf. Jung, film ein bisschen. Lass uns ein jetzt. Du bist doch ganz wahrscheinlich. Nee, nicht so viele Bernd drehen. Ich hörts auch auf mit Bernd, hab ich mir jetzt überlegt. Für dieses Jahr. Abonniert CodeBankHapparony.